Mit dem man sich gegen Außerirdische wehren kann? Ja, also du nicht, wirklich nicht. Du gehörst hier überhaupt nicht hin. Du bist vielleicht ein verkappter Popstar, aber kein Alien ist ja überhaupt ein Ding. Neu platziert auf 45 in unseren Charts die Gruppe Radiorama und weil sie aus Italien kommen, heißt der Titel nicht Aliens, sondern Aliens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Gruppe Radiorama 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020